Das ist doch nicht so, das sieht doch jeder erstmal runter. Du kannst dich trotzdem so entsetzen wie der andere. Ja, aber die sehen das doch aus der Entfernung, das ist der Typ mit Waffen. Zuerst ins Deck und dann reden wir mit dem. Auch an zum Typ, du musst auch so wie ich sein war. Was? Kann ich auch so wie ich hin. Soll ich jetzt ein Auto kaufen? Alles wir brauchen ein Auto. Wenn wir da jemanden angeschaut haben, wir haben das so, der der Fahrer, so sehen wir, wenn wir das Auto kaufen, also ich fahre, damit ich es selbst tun kann und dann wegen Keechen machen kann. Okay, ich proben wir das nicht. Danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. Für mein Equipment habe ich keinen Cent ausgegeben, also mich interessiert das nicht. Hat einer von euch noch meinen Weißen? Mk20 Jetzt wird aber... Was ist das denn? War ein Polizisten gemacht oder was? Warum müssen wir hier eigentlich warten bis der Typ wiederbelebt ist? Jungs, wie nennt man das? Achtung, Kops, Kops, Kops! Bleib stehen! Bleib stehen! Halt den Deckung aussehen! Werden den vom Kops angehalten? Ja! Werden dann... Redet mit dem! Ich geh mal mit dem, rede mal mit dem, ne? Hallo! Warte, ich holste mal meine Waffe bevor die mich täseln! Nur auf Kopf schießen, wenn irgendwas passiert! Was ist denn mit Ben passiert? Ui! Was ist? Niki! Wollten sie uns anhalten oder wie? Niki! Wollten sie uns anhalten oder wie? Niki! Was denn? Warum müssen wir jetzt hier warten? Mach ich dein Zeug hab! Leg's ihm doch ins Auto ist offen! Wollten sie ein aushaltes Bild! Ich brauche, dass ich kein flüstene Flüsse drauf stehe! Wollten sie die Waffe weg! Kommen sie zu mir jetzt mal hier fließen! Bitte warte, warte. Wollten sie mal bitte alle einen Reit da oben! Wollten sie mal bitte alle Abenteuer! Weh! Ich will keine Handschellen haben! Ich bin allergisch auf Metall! Teil. Ja, ich bin nämlich nicht gefahren. Jetzt alle lächeln. Warten wir mal rein. Warte, du könntest mir noch gerade das Auto ausmachen bitte. Wir sind fast verpressed, sonst ist die Umwelt. Ich lerne dich immer irgendwie. Hast du wohl auch den Bild? Warte, ernsthaft jetzt. Wir wollen hier bloß Gruppenfotos machen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut, ich denke, ich mache auch das Auto. Warte. Wir sind immer wieder auf mich. Ach, wir auch noch. Ist es nicht. Alter, alter. Perfekt. Du mein neues Album. Ja. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Oder mal ein Bild machen mit uns. Ähm, könnten Sie dem, könnten Sie dem Sanitäter sagen, dass ich seine Sachen in sein Auto gelegt habe? Neu dir 30 Minuten, was wir ist da. Das bedeutet die letzten werden jetzt fahren und verarbeiten. Neu dir 30 Minuten, was wir ist da, ne? Neu dir 30 Minuten, was wir ist da, ne? Neu dir 30 Minuten, was wir ist da, ne? Neu dir 30 Minuten, was wir ist da, ne? Neu dir das, ne? Neu dir das, ne? Eisen bringt jetzt 6.600 Meter, ne? Das bedeutet, da fahren wir. Also zum Verkäufer von Eisen? Wie lange sollen wir jetzt noch hier stehen bleiben? Lange sollen wir noch hier stehen bleiben? Wir können wieder gehen. Ach so, okay. Das ist so schön. Die stehen da die ganze Zeit nicht machen irgendwelche Scheiße. Ne, warte, ich brauche Freifahrer selbst. Bitte durch die Teilstation. So, Leute, wieder Stammposition einnehmen. Jupp. Das war doch schön. Jetzt haben wir ein Spielchef für mein Album. Und wer hat die Fahrt zu? Das nächste Mal. Ne, das nächste Mal. Ja, ich wollte da ja jetzt nicht direkt zu. Ach, du kennst mich nicht mal. Ne, das ist immer los. Ne, das ist immer los. Ne, das ist immer los. Ja, okay. Fahre nicht weiter. Wie redet die denn das los? Hallo, du freudige Handwerker. Los, Hannes. Ich meine, hallo ist Hakan auf dem Kupferverarbeit. So, erstens. Kann man ihn noch mal sehen. 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 Kann man ihn noch sehen. Oh nein. Maxim. Das muss wahrscheinlich näher rauskommen. Nein. Oh nein. 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 Weitere Radar ausfahren. Das ist nicht rechts. Ja, Maggie weiß, was man geht. Maggie weiß, wo rechts ist. Er hätte auch rechts-links fahren können. Oder links-helms. Keine Ahnung. Ja, das ist ein Lüger Opfer. Oder, äh, Handwerk. Cooler. Haltet sie mal im Auge. Immer nach hinten zu gut. Immer jetzt so, genau geradeaus. Jungs, wie nennt man das, wenn ein Nazi Ohrenstöpsel drin hat? Keine Ahnung. Hohlraumversiegelung. Alles klar. Wie nennt man das, wenn zwei Türken sich verabreden? Jaja, haste vorhin schon. Kommt 14. Sag noch mal. Ja, die nennt man das, kommen 14. Also, was los. Die nennt man das, da kommen 14. Ist da lieblich? Jungs, guck mal rechts von uns, ist da lieblich. Leute, wie kann PewDiePie eigentlich 42 Millionen Aponenten haben, wenn es nur 3 Ziegen auf der Welt gibt? Ja, jetzt überlegen sie. Überlegen sie, wie das möglich ist. Junge, dein Dorf ist nicht die Welt, es gibt mehr als 3 Ziegen. Und du zerhältst dich schon wieder down. Oh, du Jungs. Hat jemand gepäkelt? Nein. Mach auf. Ich glaube, ich hab meins verbraucht, oder? Jungs, wie willst du da machen? Jaja, ich hab meins verbraucht. Warum denn? Naja, weil wir alle verwundet sind. Wie, reparieren wir nochmal die Karre. Oha, ich hab noch 45 Leben. Kann mich einer verarzten? Maggi? Nein, deswegen sonst noch kurz nicht. Polizei Hunter. Der Zoll. Oh, geil. Wieso, seid ja alle verwundet. Ich red mal mit denen. Maggi, dankeschön. Morsche Officers! Ey, 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 wer sind da? Ach, da ist ein Officer. Ich will so einfach mal alles machen lassen. Vielen Dank. Hätten wir ja, jetzt sollten wir hierbleiben. Entschuldigung. Ey, wer ist das? Sag, Herr Wolf. Sag, Herr Wolf. Jungs, was hatte die denn hier vor? Ja, wir wollten gerade Enten schießen gehen. Ja, sie sehen ja, hier, hier. Der Herr Wolf, der wollte sie tauchen gehen. Aber, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, bevor ihr weiterredet. Enten schießen ist hier auf altes Illegal, also. Nein, 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 wir wollen kein Enten. Das war halt erklärt. Das war halt erklärt. Wollen Sie mir zuhren? Wollen Sie mir zuhren? Wollen diese Tontauben geformt werden. Nein, Sie sehen ja, der Wolf, 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 wollte tauchen und Fische fangen. Und Sie sehen ja, der Mr. F, ich und der Killer, die haben ja auch unsere, unser Taucherzeug dabei. Wir wollten zu viel tauchen gehen, Fische einsameln, dann wollen wir so Fische. Leute, werdet ihr verhaftet? Leute, werdet ihr verhaftet? Leute, werdet ihr verhaftet? Nee, ich fände Schildkröten viel zu wunderschön. Leute, werdet ihr verhaftet? Nein, nein, nein. Schildkröten! Schildkröten! Schildkröten sind ein Wunder der Natur, die darf man doch nicht jagen. Genau, das sehe ich auch. Herr Officer, wir wollten in den Sand gehen und ein paar Körner zählen. Also würden Sie uns noch mal weiterlassen, bitte? So. Also, die Ausweise habe ich schon eigentlich eins. Jo. Wir wollten auch gleichzeitig noch ein paar Sandkörner zählen gehen. Oh ja, das wollten wir auch noch mal. Sandkörner zählen. Ja, Sandkörner noch nicht vergessen. So, wir haben total vergessen. Ich habe sie nicht verstanden. Jungs, könnt ihr mal bitte alle leise sein und er sagt jetzt, was er sagen sollte. Wir wollten auch über uns mit Frauen reden. So, über Frauen reden. So, über Frauen reden. Können wir bald fahren gehen? Gucken wir mal bitte neu. Die müssen wir auf Feuer machen. So, vorsichtig dich. Wollen sie mit essen? Wir kriegen aber nur eine Vormittag. Schwäch. So. naja. Ja, ich mich dran. Ja, wenn die wollen oder okay, риг er hat gewonnen hat der Polizei Kontrolle entkommen in er ist nur die Verletzungen aber auch so ist es der vierhalte manchmal fast da Egal Jungs. Übrigens Fische fangen wir uns aber gut. Ja. Dank voll Schivan, weil er so ein Tauchdings hatte und ich, Mr. F. und Killer-Dossi hatten noch diese Tora-Ausrüstung. Ja, Jungs. So red man sich raus.